Die Unimensa Taforst kocht täglich für mehr als 3000 Studenten. Sie bietet ständig neue und verschiedene Gerichte an. So gibt es zum Beispiel spezielle Gerichte für Vegetarier und Veganer, sowie für Menschen mit Laktose und Fruktoseunverträglichkeit. Außerdem wird konsequent auf Geschmacksverstärker wie Glutamat verzichtet. Gleichzeitig werden für die Essenszubereitung immer mehr Bioprodukte verwendet. Die Zubereitung der diversen Gerichte in großen Mengen erfordert jedoch einen hohen Aufwand und bereitet den Köchen durchaus gewisse Schwierigkeiten. Für den Küchenleiter Heribert Massem ist diese Herausforderung aber besonders groß. Die Schwierigkeit liegt darin, dass ich morgens schon bei der Warenanlieferung mir zweitlassen muss, für die Frische zu kontrollieren. Zum Beispiel beim frischen Salat oder beim frischen Gemüse. Ja, und dann hat man halt eben morgens drei Stunden Zeit für die Vorbereitungen zu machen. Trotz Hektik und Stress haben die circa 50 Mitarbeiter doch Spaß an ihrer Arbeit. Es macht Spaß zu kochen und ja, es ist also die Vielfältigkeit. Von der Küche her, von den Gästen her. Also man ist immer, man tut sich immer sehr wohltuend, wenn man die Gäste zufrieden hat. Die Qualität und Vielfalt wird durch die seit einiger Zeit bestehende Aktion Koch der Woche unterstützt. Dabei wird ein Koch ausgewählt, der das Essen eine Woche lang koordiniert und zubereitet. Auch der stellvertretende Küchenleiter Ulrich Kühn durfte sich eine Woche lang als Koch der Woche austoben und seine Ideen verwirklichen. Diese Woche haben wir die Gäste dermaßen ausgewählt, dass wir gesagt haben, ein typisches Studentenessen, eine leichte Kostform, wo man sich dann halt vorstellt, dass sie noch danach sitzen, in einem Hörsaal oder so. Und was gefällt ihm an dieser Aktion besonders gut? Das heißt, es macht mir Spaß, kreativ sein zu können, gewinnstet und umgehen zu können, das Ganze mit Team, Gemeinschaftsleistung zu erbringen oder für nicht zufriedene Gesichter hier in der Mensa zu haben. Das macht schon was mehr Herausforderungen und macht Spaß. Wegen Qualität, immer wieder neuen, besonderen Aktionen und einem guten Konzept ist die Uni Mensa Tarforst nicht nur bei den Studenten sehr beliebt, sondern auch bei den Mitarbeitern des Studierendenwerks und bei externen Besuchern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.